Hallihallo und herzlich willkommen. Heute schauen wir uns zusammen SCP-5K an. Ja, ist noch im Alpha-Testing, also sehr sehr frühe Early Access Version, aber das was es schon gibt, das verspricht auf jeden Fall auf potenziell richtig gutes Spiel. Vor allem was Koop-Horror-Taktik Shooter angeht, ist das auf jeden Fall genial. Die Modis gibt es aktuell. Alpha-AI-Testing, Weapons-Testing, PvP-Testing, Wave Survival, Handauspost und Raid on the Area 12. Das ist dieser normale Koop-Modus. Es gibt so viele Spieler und bockt auch alleine, aber das Ende wird dann immer kniffliger. Und da schauen wir uns heute mal an. Für mich ist so gefühlt eine Mischung aus alten Rainbow Six Teile, richtig schön taktisch. Resident Evil ist auf jeden Fall ein Touch mit drin und oh, das erste Half-Life. Und man geht dann so in eine militärische Forschungsanlage und da gibt es halt freakige Resident Evil Viecher, aber auch so ein gegnerisches Militär, was einen kaputt machen will. Und ja, schauen wir mal. Die Shader brauchen noch einen Moment zum Laden. Wir müssen auf jeden Fall in den Hauptkomplex kommen und dazu muss man hier rumlatschen. und sich Security Codes suchen. Ob die Codes immer anders sind, das weiß ich gar nicht. Ich habe es bisher erst einmal angehabt. So, 0451. Ich glaube, das war auch beim letzten Mal der Code. Ich glaube, wenn das Spiel weiter fortgeschritten ist, dann wollen die das, denke ich, random generieren lassen. Weil es wäre blöd, wenn der Code immer dasselbe wäre, dann bräuchte man sich die nur einmal aufschreiben. So. So. 0451. 0451. Ja, und dann schalten wir den Strom überall an. Dann gehen Tore auf und irgendwann kommen dann auch die ersten Gegner. Man findet unterschiedlichste Waffen unterwegs und später findet man auch Werkbänke, wo man die dann nach seinen Wünschen modifizieren kann. Da waren wir drin. Okay, weiter geht's. Wenn man sich ab und zu mal ein bisschen genauer umschaut, da gibt es dann immer so ein bisschen Loretext und... Man findet ein paar Hinweise, was hier abging, aber ist alles noch recht einfach gehalten. So. 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 ein dicker fetter Knopf. Und dann kommen da unten schon die ersten Freaks. Das sind quasi die ersten Gegner so einer Art Zombies. Und wenn die frei beweglich sind, dann können die natürlich auch überall hin, wo schon die Türen offen sind. Und für mich erweckt es so den Eindruck, dass die einen suchen und dann jagen. So. Mal gucken, ob man durch die Tür schießen kann. So. Das funktioniert. So. So. Er hält in dieatas. Okay. So. 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 Oh, Mist, nachladen. Wenn das dann so ein schöner Flashmob-App ist, dann wird das dann schnell kritisch. Und ja, schön sind sie auch nicht. Aber das macht diesen Horror-Flair dann hier aus. Es gibt auch verschiedenste, manche mit Klamotten von Militärs, manche mit Klamotten von Wissenschaftler. Oder irgendwelchen anderen Mitarbeitern. So, und hier gibt es nochmal Heels-Packs, die man finden kann. Und jetzt sind wir wieder gesund. Man kann natürlich auch gucken, wie viel man noch in einem Magazin drin hat, an Schuss. Und es gibt hier keine Anzahl, wie viel Schuss man jetzt noch übrig hat. Sondern das ist alles taktisch und realistisch gemacht. Was es richtig, richtig gut macht. So, und das ist dieser Haupteingang zu diesem Komplex. Und hier muss alles grün werden. Aber da braucht man erstmal dann nochmal Codes dazu. So, unsere erste Waffe. Und zur ersten größere, gescheitere Waffe. Ja, wie ging das nochmal auf? Ich glaube, irgendwo ist irgendwas kaputtes, wo man draufballern kann. Und dann geht es weiter. Und dann geht es weiter. Okay. Schüt, schon wieder da. Uiuiui Uiuiui So, hier können wir Säft anmachen So, dann haben wir hier den nächsten Code Den schreibe ich mir mal auf 0763, shit Ja, so wird man immer wieder überrascht Ah, 063 Gut Dann suchen wir mal das nächste Code Panel Es gibt da manchmal so defekte Stromverteiler, wo man drauf schießen kann Und dann geht's weiter Ah, hier ist noch was So, hier kommt's Nix Sonst gibt's hier nix, dann weiter Da geht's auch runter Ah ja, ich glaub da kommt gleich ne ganze Batterie So, hier ist alles Oh, hier ist alles Oh, hier ist alles So, hier ist alles Keine Ahnung, ob da drauf kommt oder nicht Das glaubt nicht Da müssen wir wohl laufen Aber die Waffenhaltung ist echt gut Kann man echt gut zielen Na, wir haben hier ne Barretta Ne, da bleib ich bei der Glock Die ist schicker Okay, kein Fahrstuhl Dann wieder zurück Okay, kein Fahrstuhl Hier ging es dann in diese Küche. Kann man hier nicht rüber. Nein. Ja, hier ist wohl auch nix. Und First Aid Kit. Ah, das ist gut. Na gut, dann wohl wieder zurück. Wir haben zwar noch einen Code. Aber keine Ahnung, wo wir den jetzt wieder eingeben müssen. Ah, hier ist grün. Dann fehlt nur noch die andere Seite. Ah, hier ist noch was. Gut. Was war das? 0793. 0793. Ah, da haben wir dasselbe wieder. Ob man die Muni auffüllt. Ja, wenn man das andere gewähren nimmt, hat man wieder volle Muni. Gut. Hui. Aus der Hüfte. Nicht schlecht. Ich frage mich nur, wo die herkamen. Denn die Tür müsste noch zu sein. Ah ne, ist doch jetzt auf. So. Hier ist Muni drin. Aber irgendwo lag hier, glaube ich, mal eine P90. Da ist das. ... Musik ... Hier ist der Aufzug. Keine Ahnung, ob sie schon weitergehen. Ich modifiziere erstmal die Waffe, bis wir die andere finden. So, auf jeden Fall ein ACOG. Jetzt drei Suppressor-Arten. Nehmen wir den. Ja, so sieht das ganz schick aus. Mal gucken, ob später auch noch Tarnfarben dazukommen. Aber ja. Hier unten geht es doch eh noch nicht weiter. Könnte nur mit dem Pfarrstuhl weitergehen. Stimmt, schoß das beim letzten Mal nicht mehr. Stimmt, schoß das beim letzten Mal nicht mehr. Ja, das Spiel ist relativ dunkel. Gut, dass man immer eine Taschenlampe am Start hat. Da kommen, glaube ich, gleich auch ein paar neue Viecher, soweit ich mich recht entsinne. Ich bin ein paar Tage, bis es geht. Ja hier sind dann die ersten gegnerischen Militärs. Die sind glaube ich alle tot. Oh sehen wir nicht so tot aus. Ich weiß nicht warum die mich nicht angreifen, die anderen haben sie auch angegriffen. Vielleicht bin ich zu weit weg und die sind blind oder taub. Das sind zumindest auch nicht die hübschsten. Ich glaube wenn man die Tür hier auf oder zu lässt ist glaube ich egal. Die kommen da so oder so rein. Kontaminierter Bereich. So. Und da ist eine UMP. Keine Ahnung nimmt sich von der nicht viel. Gut dann. Achso den Code haben wir nicht. Wir können den alten probieren. 0733. Nö. Dann müssen wir nochmal rum suchen. cool. Ah, hier war die P90. Astra in Dandy hat 50 Schuss Magazine und damit hat man mehr Money. So, ACOG. Kleiner dicker Sub-Resor. Grip braucht es nicht, hat es ja schon alles integriert. Und Laser, hübsches Ding. Und dann muss man magazinisch rausholen, um zu gucken, wie viel man hat. Man guckt einfach oben auf das transparente Magazin. Nice. Aber einen Code gibt es auch hier nicht. Oh, das Bild ist gefroren. Ah, jetzt ist es wieder da. Warum auch immer, keine Ahnung. Sonst läuft sie 1A. Hm. Nirgendwo gibt es hier was. Wo war der Code hier in dem Raum? Ich habe ihn nicht gesehen. Ah, hier. 8549. Na dann. 94. 94. Andersrum. 4. 4. 10. 5. 5. 5. Schönen Reihen und Glied. Oh nein, da kommt noch mehr. 5. 6. 7. 7. 9. 8. 9. 10. Hm. So, hier gibt's nix. 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 Partyhütchen. So, hier gibt's nix. 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 So, tja, ist jetzt hier weitergegangen. Da wenn ich mir fragen, haben wir jetzt einen Code. Wo wir den eingeben, das habe ich vergessen. Auf jeden Fall gab es noch eine Gegnerart, die ich bisher noch entdeckt habe und zwar einen. Wenn man den Gegner nicht anguckt, nähert er sich. Er ist unbesiegbar und wenn man ihn ständig anguckt und sich rückwärts bewegt, dann bleibt er an Ort und Stelle. Der war recht fies. Ah, hier ist was. Und wieder ein Alarm. So. Das ist dieses Kackvieh. Unkaputtbar. Ah, und super ätzend. Jetzt ist es da und jetzt ist es schon da, also immer angucken dieses Kackvieh. Und man kann auch Türen rückwärts öffnen, wenn man weiß, dass man an der Tür ist. Oh, was ist das denn? Oh, was ist das denn? Oh, was ist das denn? Oh. Oh, was ist das denn? Oh. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Gut, dann haben wir das hier auch. Und es geht noch ordentlich weiter. Da können wir bestimmt so ein, zwei Stunden locker mitverbringen, die Mission zu zocken. Glaub ich. Ich habe mal einen gesehen, der die Fass komplett gemacht hat und das geht eine ganze Weile. So, refuel. Krieg ich den Schrank auf. Ach ja, hier war glaube ich auch wieder so ein Vieh drin, ja da, kacke, ich glaube das hat mich auch beim letzten mal gekillt. Weil ich nicht wusste, was ich hier tun soll. Ich soll irgendwas mit refuelen. Ist da hinten noch eine Treppe? Keine Ahnung. Ist halt blöd, wenn man die ganze Zeit rückwärts gehen muss. Okay. Okay. carpet. Yes. es war cool wenn man zu zweit ist ich glaube dann reicht es wenn einer den anguckt das ist nicht in meinem Lens und die sind fucking schnell wenn man nicht hinguckt aber ja kam ich schon mal einen Schritt weiter als beim letzten Mal da unten geht es wahrscheinlich weiter gut das war es auf jeden Fall von mir danke fürs Zusehen und bis bald